Hallo, mein Name ist Sabine Langenbach. Ich bin die Dankbarkeitsbotschafterin, Journalistin, Autorin und Moderatorin. Und ich bin total froh und dankbar, dass der Andi Weiß jetzt seine neue CD auf den Markt gebracht hat. So ungefähr sieht das Cover aus. Das Original ist tausendmal schöner, weil immer was geht. Und ich bin deswegen so fasziniert und happy darüber, weil Musik und Worte genau das sind, was wir in diesen Zeiten brauchen, die so unberechenbar geworden sind. Ganz besonders angetan hat es mir den Titel Es geht gut aus und ich habe mir den Text extra mit aufgeschrieben, weil er mich so berührt hat. Denn am Ende aller Wogen steht ein großer Regenbogen, der dir sagt, es geht gut aus. Jawohl, das ist das, was mir Mut macht und das ist mein Grund zum Gott sei Dank sagen. Danke Andi für diese Produktion. Ich weiß, ich weiß, du kommst noch aus. Denn am Ende aller Wogen steht ein großer Regenbogen, der dir sagt, der dir sagt, es geht gut aus. Und am Ende aller Tage bleibt mein Wort keine Frage und du kommst, du kommst sicher noch aus. Denn am Ende aller Wogen steht ein großer Regenbogen, der dir sagt, der dir sagt, es geht gut aus. Und am Ende aller Tage bleibt mein Wort keine Frage und du kommst, du kommst sicher noch aus. Ich weiß, du kommst noch aus. Ich weiß, ich weiß, es geht gut aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du kommst noch aus. Ich weiß, ich weiß, du kommst, du kommst ja daheimusschern. Untertitelung des ZDF, 2020